Ich bin Jasmin Schäfer, ich bin 16 Jahre alt und es ist jetzt mein zweites Jahr in der Oberliga. Davor habe ich zehn Jahre bei den Jungs gespielt. Meine Position ist die Innenverteidigung. Mein persönliches Ziel ist es, ein schönes Jahr mit der Mannschaft zu haben. Und mein Ziel mit der Mannschaft ist es, einer der oberen Tabellenplätze zu haben.